Ihr habt ein Newsletter bekommen, da schreibt ihr mal sehr schöne Kolumnen und dann werdet ihr ihn kennenlernen. Und danach geht ihr bestimmt zu Yes. Zum Flaschenbringen. Yes übrigens mit J.E.S.S. geschrieben. Oh, Musik. Musik. Wieder Musik. Ich glaube, die Jungs haben bestimmt Durst. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Ja. Ja. Let all your sorries ascend to lower your employees Highest state of what you born in makes you linger without money Let off that twenty-five candles cause that Sunday took us all A sudden two-year overdue they still appreciate to crawl And I'm releasing congruent woman in the radiator It's not ten-twenty to be young I'm going to cover Sunday I'm going to cover the night I'll be right back Musik Das war's! Bravo! Ich bin sehr begeistert. Janosch, lass es runter! Ich hab euch was mitgebracht. Wir haben nicht viel Zeit. Passt auf die Blume auf. Jungs, Jungs, Jungs. Das ist Patchwork Project. Eine sehr nette Band, die sehr nette Gitarremusik macht. Und ich muss euch ganz schnell...